Rudolf Eucken Der deutsche Idealismus Immanuel Kant Die moralische Welt und das Reich des Schönen 1. Einführung Der Zugang zu Kant ist besonders schwer, weil seine Philosophie der bis dato eingewurzelten Denkart schroff widerspricht, weil sie eine völlige Umkehrung des Denkens und Lebens fordert, ohne das Neue, das sie einführt, zu vollem Abschluss zu bringen. Es könnte aber Kant nicht so tief in die geistige Bewegung eingegriffen, nicht so stark auch den Menschen als Menschen aufgeregt haben, wenn nicht aus seiner Arbeit einfache Wahrheiten sprechen und zur Umgestaltung unseres Daseins wirkten. Um diese Wahrheiten zu erfassen, heißt es, sich in die inneren Notwendigkeiten zu versetzen, die sein Wesen enthält und in deren Entwicklung er eine geistige Selbstbehauptung vollzieht. Denn das ist es, was das Leben und Schaffen eines großen Mannes in Fluss bringt. Eine Grundüberzeugung, Ein Glaube, eine Notwendigkeit des ganzen Wesens fordert eine Gestaltung des Denkens und Lebens, welche die überkommene Gedankenwelt nicht bietet. Ja, der sie schroff widerspricht. So entsteht ein harter Zusammenstoß. Um zu siegen, muss die Persönlichkeit einen neuen Stand der Dinge erzeugen, der jene Forderung erfüllt. Solchen Kampf und den schließlichen Sieg der inneren Notwendigkeit zu betrachten, ist ein wundervolles Schauspiel. Nirgends mehr als hier erweist sich überzeugend, dass der Mensch mehr ist oder doch mehr sein kann als ein bloßes Erzeugnis der Umgebung, ein bloßer Niederschlag der gesellschaftlichen Atmosphäre. Untertitelung des ZDF,